So, ich melde mich gleich wieder. Ich habe ja versprochen, dass ich mich melde, sobald es hier was Neues gibt. Und zwar ist das hier auch neu. Und zwar war Kirschen ja noch hier am Feldherrenhügel, habe hier alles mal angeschaut. Und da war es noch nicht so, dass hinter dem abgesperrten Gebiet am Biergarten, dass da dieser Zaun zum FFH-Schutzgebiet schon abmontiert ist. Also hier gibt es diese eine Einfahrt, die ja in den Park reingeht, noch am Biergarten. Und dann ist dieser ganze Zaun, auf der ganzen Länge sind nur noch die Pfosten da. Aber der Zaun an sich ist alles schon abmontiert. Das war Kirschen definitiv auch noch nicht so. Jetzt werde ich das nochmal ein bisschen ablaufen und wenn sich hinten noch was Neues zeigt, dann werde ich es euch nochmal berichten. Und dann werde ich das nochmal berichten.